So, das Boot ist fertig mit U-Boot. U-Boot kommt zur Hilfe, warte, halt drauf, stehen drauf halten. Guck mal, nochmal hier. Jetzt kommt das U-Boot, zur Hilfe. Da hinten ist es. Das ist es. Und ein durchtauchen. Guck mal, das U-Boot. Das ist das Forschungs-U-Boot. Tauchen kann es auch, rückwärts. Zack, und jetzt kommt es raus. Zack, was ist denn? Das ist jetzt weg. Nein, da ist es. Das ist wieder aufgetaucht. Jetzt ist es wieder weg. Ja, das macht ja gut aus. Jetzt fahr ich mal hin. Guck mal. Mal andocken. Das ist ausreichend, Hilfe, schnell weg. Abpauchen. Bauzeit, halbe Jahr, alles Handarbeit. mit raketen atomsprengkopf tränen oder an war groß miss ist zur verteidigung und wir tauchen wir unter dem boot durch und haben wir das geschafft wenn es wieder auftaucht ja warte treib ab holjas vor nochmal den speedtest bei gegenwind und jetzt den speedtest mit rückenwind müssen wir kurz anlegen machen wir mal den soundtest mit dem maschine werden wenn die groß missels abbefeuert so ich denke mal mehr fällt mir eigentlich nicht ein hier ist die rakete hier sind die für die u-boot die bomben und und die flack und die groß missels radaranlage mit licht und dunkel dann machen wir mal stopp